Hey, das ist so gruselig, wenn es da hinten flackert. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt wird das natürlich aufgeladen, was mir halt gar nichts bringt. Ich verstehe es nicht. Nein, nicht essen. Was ist denn falsch mit dir? Wenn ich hier drin natürlich kein Licht habe, dann wächst hier auch nichts, logischerweise. Das ist überall flackert, das ist voll gruselig. Ich habe Horrorfelder. Ich weiß schon gar nicht, wenn das hier dann flackern. Ich fahre auch, glaube ich, einige Eimer an Wasser. Zum Kochen jetzt, meine ich. Muss ich so ein Waschbecken-Ding daneben bauen. Das kann auch sein, dass das alles erst... Nee, aber es gibt auch keinen Sinn, weil die ist ja nicht direkt ineinander verbunden. Ähm... Dass ich hier nochmal umdrehen muss. Das ist halt jetzt wieder Null, ne? Das ist nur ein Kind. Nichts beunruhigendes. Ähm... Das kann tatsächlich sein, dass hier, weil da drei Kabel dranhängen, nichts mehr hinkommt. Ja, eigentlich muss es auf blau stehen. Blau ist rein, orange ist raus. Oder halt erst, wenn es da hinten voll ist. Aber das wird halt irgendwie nie voll. Doch, das wird irgendwann voll. Stimmt, ich habe da mal in meinem Ding stehen. Ähm... Ja, bis dahin flackert halt jetzt auch ein bisschen. Beziehungsweise, es wächst nichts. Nein, nicht essen. Da sind alle weg. Da sind auch alle weg. Ich muss auch irgendwo einen Fischer aufstellen. Oh nein. Damit ich die ganzen Fische fangen kann. Ach Gott, noch so viel zu tun. Oh, jetzt haben wir erstmal unseren... unserem E-System zum Kochen. Da klöpfen wir jetzt... Genau, diese ganzen Pam... Harvest-Craft... Quatsch. Harvest-Craft-Koch-Utensilien. Pam... 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 Wir bleiben bei Pam. Äh, die da, genau. Dafür muss ich aber, glaube ich, in meine Höhle. Quatsch. So, Cutting-Board. Wobei... Irgendeine Ratte ist gerade... Entschuldigung. Ich hüffe die ganze Zeit so sinnlos hin und her. Ich glaube, ein paar Sachen kann ich auch von hier aus machen. Ich muss jetzt dann wirklich mal so einen Großteil von meinem Inventar... Äh, von meinem Lager da reinpacken. Wenn ich irgendwann mal die... Die... Die Storage Cells gemacht habe. Cutting-Board. Äh... Pot. Pot. Skellett. 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 Sauce Pen. Bakeware. Das geht nicht, genau. Was brauchen wir dafür noch? Lucius Stone. Ich habe nur zwei Stones da drin, ne? Ungünstig jetzt. Okay, jetzt geht auch noch nicht. Mixing-Bowl. Die geht. Und einen Juicer. Eine Pressure Plate haben wir nicht. Aber die kann man ja machen. Pressure Plate. Jetzt haben wir keinen Stein mehr, ne? Jawohl. Okay. Ähm. Cutting-Board. Ich habe doch schon ein Cutting-Board. Noll. Okay. Ähm. Genau. Ich brauche... Den... Ich brauche einen Stein. Und ich brauche... Na? Bricks. Ah. Ich brauche den anderen Quatsch... Was kann der noch da hin? Den anderen Quatsch kann ich schon mal da reinhauen. Da kann er zum Beispiel Blueberry-Joghurt. Joghurt. Okay, wir brauchen Milch und Leder. Lol. Für Joghurt brauchen wir Milch und Leder? Musste ich nicht. Es regnet schon wieder. Weil wir hier nie schlafen. Das ist kein Leder. Das ist auch kein Leder. Oder sind Eier? Hallo. So. Ich kann eigentlich auch... Ja gut, ich muss eh einen Ofen hinstellen. Von dem her... Zum Kochen. Und ich werde wahrscheinlich auch Tierfallen aufstellen drüben. Aber jetzt brauche ich erst mal... Bricks. Bricks habe ich hier noch... Acht Stück? Vier Stück. Wie viel Leder habe ich denn? Sieben. Die kann ich alle schon mitnehmen. Bricks habe ich sonst keine mehr. Ich brauche aber noch eins, zwei, drei, vier. Sollte ja machbar sein. Nicht, wenn alles voll ist. Genau. So. Die vier lasse ich jetzt nicht durchlaufen. Es ist schnell, in Anführungszeichen. Währenddessen schneuze ich doch mal kurz. Beziehungsweise ich hole ja einen Stein. Weil den brauchen wir ja auch noch. Wir haben aber auch irgendwo den Blue Schiss, ne? Achso, nee. Wir brauchen so einen. Ach, okay. Ich hoffe, das geht mit Gabbro auch. Ach, der ist wieder voll. Der ist auch voll. So, da haben wir vier. Ach, Quatsch. Ich habe überall Workbenches. Nein, nicht Wixing Bowl. Bakeware. Genau, die haben wir noch. Und dann für Mortar and Pastel. Wir brauchen drei dafür. Ich hoffe, das geht jetzt mit Gabbro. Wäre schön. Genau, dann brauche ich halt noch einen Ofen. Wo ich alles brutzeln kann und das dann automatisch auch direkt ins ME-System geht. Möchte ich jetzt. Mann! Dann mache ich noch einen Ofen, dass das alles direkt ins ME-System geht. Aber das anschließend machen wir dann irgendwann mal. Weil das sollte jetzt keine ewig lange Aufnahme-Session werden, tatsächlich. Weil ich auch einfach nicht so lange reden kann. Ähm, ich brauche Mortar und... Ich habe keinen Stick. Gut, ich muss eh wieder hier rüber. Also hier kommt auch noch Interieur rein, aber ich weiß auch nicht wie, ich weiß auch nicht was, ich weiß auch nicht wie genau ich es aufteile. So. Jawohl. Wir hätten eigentlich drüben den Grund kurz so noch Zeug holen können. Oh, ich rutsche auf meinem Stuhl. Äh. Ist ja gut. Ähm, wie zum Beispiel Honig und Salz. Ähm. Ja. Dafür muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Ob ich das mit dem Tofu am besten mache. Ob ich das auch hier irgendwo mache. Oder ob ich dafür den Untergrund verwende. So. Was hat man vorhin gesagt? Machen wir mal Vanille-Joghurt. Dafür machen wir Plain-Joghurt. Wir haben kein Brot. Ah ja gut, ich habe jetzt keine Stuhl-Milch. Ich kann kein Joghurt machen. Hotdog. Wir haben kein Brot. Pork Lettage. Wir haben kein Fleisch. Das klappt schon super hier. Was ist das denn? Wir haben auch kein Käse. Winnegal. Grape Juice. Hä? Wir haben doch den Dinger drin, oder? Wo war denn den Dinger nicht drin? Ach. Wir haben den Schuße noch gar nicht. Lol. Stimmt, weil uns da ein Stein fehlt. Meine Güte. Den Stein schnell nochmal krönen. Da kann man ja nicht den Schuße machen. Stimmt. Wir können schon mal alle möglichen Sorten an Saft herstellen. Ist doch super. Wie gesagt, die anderen Sachen müssen halt irgendwie irgendwo gemacht werden. Und dann halt automatisch in mein ME-System. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau, aber ich bin falsch. Das ist das falsche Terminal. Ja, vielleicht hat das Haus so drüben doch nochmal einen Keller. Wo wir das Ganze machen. Juicer. Wo bin ich jetzt vorhin gegangen? Fried Egg. Sausage and Bread. Wir haben weder Brot noch Ding. Butter. Tofu. Ja, das ist das Tofu-Zeug. Ist ja gerade momentan noch ist das Tofu. Ist das Tofu? Ach, lol. Okay. Banana smoothie. Snowball haben wir auch nicht. Pasta, Toast. Apple juice. So, siehste. So macht man das dann. Jelly kann man, glaube ich, auch noch nicht machen. Doch, Jelly kann man auch machen. Siehste. Da, wir haben kein Brot mehr. Cranberry juice. Wir haben keine Cranberries. Peppermint. Können wir machen. Ginger chicken. Wir haben kein Chicken hier. Wir haben kein Lamp hier. Fick juice. Können wir machen. Seht ihr? Wir können schon richtig viel machen. Barbaroni. Geht, glaube ich, auch. Ne, da fehlt uns was. Was fehlt uns da? Ach, der Tofu. Energy drink. Bubbly water. Wie macht man denn? Bubbly water. Hm. Lemonade. Chocolate bar. Genau, dafür brauchen wir Milch. Was? Chico roll. Dampel. Flower. Stimmt, wir haben keinen Weizen hier. Hm. Okay, auf jeden Fall. Ihr habt das Prinzip hoffentlich verstanden. Ähm. Genau, meine Energieprobleme hat sich da hinten. Muss ich halt jetzt irgendwie lösen. Ich denke, kann sein, dass ich erst das aufladen muss. Was sich auch gerade nicht auflädt. Aus welchen Gründen auch immer. Aus welchen Gründen auch immer. Über längere Strecken geht auch Energie durch die Kabel verloren. Das weiß ich. Das ist mir durchaus bekannt. Ich weiß noch nicht so ganz, warum das nicht so funktioniert, wie ich es das gerne hätte. Aber wurscht, ist es sowieso hauptsächlich eigentlich zu Deko-Zwecken da. Ähm. Vielleicht wird ja das jetzt aufgeladen, aber ich glaube es nicht. Nee. Gut. Und anstatt da hinten müssen wir auch noch ein bisschen aufpimpen, damit er hier zu Bress passt. Genau, und dann haben wir hier eigentlich nur noch das da hinten, das ich fertig ausbauen muss. Ich weiß gerade gar nicht, was da alles hinkommt. Fressmeile, Küche mit M-I. Hier könnte ich das Ganze machen, dieses... Also Fressmeile in Anführungszeichen mit, ähm... Verarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, das dann hier reinkommt. Weil da kann ich auch einfach unten drunter bauen. Mit Kabel und allem. Genau. Hier hinten kommt doch meine Pagode hin. Relativ groß bis zur Decke. Das Tor, da muss ich den Lampion noch ein bisschen um... Um... Jetzt schon. Da kommen kleine Häuschen hin, genau. Und da hinten kommt ein kleiner Markt hin. Das müsste da auch normalerweise stehen. Markt, genau, wo ich dann das ganze Zeug verkaufen kann. Und dann irgendwann muss ich mich auch noch drum kümmern, dass das da hinten weiter geht mit meinen... Mit meiner Lichterquelle hier. Genau, meinen Baum muss ich auch noch fertig machen. Meine Güte. Okay, ähm... Das da muss ich auch noch fertig machen. Meine Dachterrasse. Genau. Da kommen auch noch Tische und Stille. Habe ich die eigentlich noch dabei? Ja, aber... Ja, danke.